Hallo ihr tollen Menschen, herzlich willkommen zurück zu Plotly. Heute mit einem ganz besonderen, nein eigentlich ist es gar nicht so besonders, wir gucken uns heute zwei Graphen an, die ihr vielleicht bislang noch nicht kennt. Und zwar auch wieder auf dem Iris-Datensatz. Und wir machen die jetzt auch wieder mit Express, also Plotly Express, was wir als PX importiert haben. Das kennt ihr ja aus dem letzten Video schon. So, wir überschreiben hier tatsächlich mal FIG 3, einfach eiskalt. Und was wir machen wollen ist, wir wollen dieses Mal ein sogenanntes Parallelkoordinatendiagramm einfügen. Das hört sich jetzt komisch an, ihr werdet sofort sehen, was das ist. Wir bauen uns das Ganze über Parallelcoordinates. Und zwar mit dem Datensatz DF. Und wir müssen hier angeben quasi, was unsere, ähm, ja, was unsere IDs ist oder was unsere Farbe ist erstmal. Das machen wir wie oben auch. Unsere Species, Species. Und selbstverständlich, was unsere Labels alle sind. Die heißen hier ein kleines bisschen anders. Es mag vielleicht verwirrend sein. Und werden auch komisch angegeben, muss ich leider zugeben, das hätten sie besser machen können. Ähm, aber ja, in unserem Fall wird hier das Ganze so über ein Dictionary angegeben. Und zwar sagen wir, wir hätten ganz gerne die, und jetzt kopiere ich mir die Sachen einfach hier eiskalt raus. Sepal Breite wird angegeben als, ähm, Sepal, äh, Sepal Länge, sorry, wird angegeben als Sepal Length. Und dann machen wir hier ein, äh, das Ganze noch mit Width. Und dann das Ganze noch mit Width. Ups, das war eins zu viel. Dann machen wir das Ganze noch mit Petal. Ah, wobei, dann können wir eigentlich sogar diese beiden hier kopieren. So, und hier packen wir den Petal rein. Petal Length und Petal Width. Und selbiges machen wir selbstverständlich hier auch noch. So, okay. Was wir jetzt hier gemacht haben, ist, wir haben nur gesagt, was sind eigentlich unsere Labels und wie wollen wir das Ganze haben. Jetzt schauen wir uns das erstmal so in dieser Rohform an und gucken uns danach an, wie das Ganze eigentlich noch aussehen könnte. Ähm, und ja, das sehen wir schon direkt. Oh, oh, das wird nicht funktionieren, weil wir brauchen dieses Mal bei Color leider, leider eine richtige Farbe. Das bedeutet einen Hex-String, ähm, deswegen, wir haben bei Species ja die Setosa, äh, und die anderen Sachen. Ähm, keine Ahnung, ich kenne mich mit Iris Blumen nicht wirklich so gut aus, aber ich lerne gerade sehr viel durch diesen Datensatz. Also, ja, danke dafür, äh, liebes Plotly. Ähm, nee, wir sollten das hier entweder in Form von Hexadezimal darstellen, also als String. Wir sollten das so darstellen, als HSL, HSV, RGB oder als CSS-Name einer Farbe oder, und das ist das, was wir machen, eine Zahl, die als Farbe interpoliert wird. Hm, haben wir nicht Zahlen in Species-Bodenstrich-ID? Das können wir doch hier eigentlich benutzen. Und damit wird das Ganze auch wieder funktionieren. Und wir sehen, boom, wie sieht das denn aus? Das ist ja komplett furchtbar. Denkt man sich vielleicht auf den ersten Blick, auf den zweiten wird es dann schon einfacher. Und, äh, ja, wir haben hier, haben wir einen Error drin? Warum haben wir einen Error? Äh, okay, interessant. Aber was wir hier genau gemacht haben, lasst mich nochmal ganz kurz nachgucken, warum wir hier Error haben. Äh, ah, genau, ich habe DF genommen, nicht DF3. Es tut mir leid. Ähm, DF1 hatten wir so verändert, dass ein Error drin war. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ihr einen anderen Datensatz habt. So, also, wir haben hier keinen Error. So, wir haben einmal hier die Sepal-Length. Das ist quasi abgetragen hier und dann haben wir hier jeden einzelnen Datenpunkt hier in diesem, in diesem, äh, Beispiel-Datensatz drin, der hier als gerade oder als, ja, als, äh, eckige Kurve eben als parallele Koordinaten eingetragen wird. Das bedeutet, wir haben hier einmal die Sepal-Länge, die hier oben ist und dann geht sie alle so ein bisschen nach unten bei der Sepal-Breite. Die aber, Achtung, die Koordinaten hier Maximum ist 7,9, hier Maximum 4,4, hier 6,9. Die sind nicht vereinheitlicht, okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Aber trotzdem sehen wir einen groben Trend und wir sehen auch hier wieder relativ gut dran, die Sepal-Breite, die lässt sich nicht so geil benutzen, um irgendwelche Klassifikationen zu machen, genauso wie die Sepal-Länge. Und die Petal-Dinger, die lassen sich hier schon deutlich besser verwenden. Das heißt, hier sehen wir zum Beispiel, die meisten, die eine große Petal-Dingens haben, sind Species-ID Nummer 3, während die meisten, die kleinen Dings haben, sind Species-ID Nummer 1. Und wir sehen noch etwas ganz Tolles. Wir sehen hier auch direkt abgetragen, was eigentlich die Species-ID ist, obwohl ich die hier nicht in die Labels reingepackt habe, wie ihr sehen könnt. Das wird halt einfach so abgetragen, aber das ist okay so. Und wir sehen hier auch noch zudem, dass wir eigentlich auch fließende Übergänge unterstützen. Das heißt, diese Farbindikatoren, die können ruhig auch Gleitkommazahlen sein. Wir können hier sowas auch zum Beispiel wie die Tipps, ja, aus dem Beispiel von davor mit den Rauchern, was wir auch schon benutzt haben, können wir das Ganze auch benutzen. Wir können hier quasi so Tipps benutzen und dann sehen wir, okay, was ist das eigentlich für ein Datensatz. Das würde ich euch tatsächlich mal als Übung überlassen. Dann seht ihr, was ist quasi der stärkste, gefärbteste und so weiter und so fort. Ja, da kann man wie gesagt auch recht viel ablesen, eben wo man zum Beispiel Trennlinien hat, von wo bis wo irgendein Datensatz geht und wie ungefähr die Verteilung ist, also dass man hier quasi durch diese Farben sieht, wo was abgetragen ist. Falls ihr solche Datensätze mögt oder falls ihr solche Plots mögt, dann ist das vielleicht was für euch. Ich persönlich bevorzuge sie nicht allzu sehr, aber das hat eigentlich nicht wirklich einen Grund, das ist einfach nur mein, ja, keine Ahnung, mein Sinn oder sowas, I don't know. Aber was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist, ihr könnt die Farben hier anpassen. Also ich meine, das sind jetzt relativ spezielle Farben von mir aus. Ihr könnt die in euer Farbschema einpassen, falls ihr da irgendwie sowas habt. Zum Beispiel auf der Webseite hat man das ja häufig, dass man wirklich sagt, okay, das ist meine Frontend-Farbe, das und so weiter und so fort. Und dass ihr das anpasst, das ist durchaus möglich. Das könnt ihr hier hinten dran machen, hinter diesem, hinter dieser, ja, diesem Dictionary im Endeffekt. Und zwar könnt ihr hier sagen, wir hätten ganz gerne, was wollen wir denn hier reinmachen? Ah, mach's weg. So, machen wir das, machen wir das doch mal ordentlich hier, ne? So hätte ich das ganz gerne. Und hier sagen wir jetzt, wir haben die Color-Continuous-Scale und Continuous-Midpoint, könnt ihr auswählen. Das heißt, wir sagen hier Continuous-Scale wäre zum Beispiel PX, also das ist quasi die Skala der Sachen, die ihr hier mit Color angegeben habt. Also in was für einem Farbbereich soll diese Species-ID eigentlich interpoliert werden? Und hier sagen wir px.colors. und hier könnt ihr dann auswählen, was ihr gerne haben wollt. Diverging ist wahrscheinlich das, was ihr am ehesten haben wollt. Diverging Punkt und hier könnt ihr euch ein Farbschema aussuchen. Also Army, Rose, Delta, Earth, Fall. Also, ähm, ich glaube wir brauchen etwas vom Typ Karto, glaube ich, wäre nicht schlecht. Dann sagen wir hier mal, nehmen wir doch mal Fall. Ja, das wäre, das wäre der Herbst, glaube ich. Und dann können wir hier tatsächlich auswählen, was eigentlich unsere Mittelfarbe sein soll. Also Color-Continuous-Midpoint wäre in unserem Fall gleich 2, ähm, weil, ja, ich zeige euch gleich, was ich damit meine. So, wir starten das nochmal ganz kurz neu. Und wir sehen, badam, wir haben jetzt Herbstfarben. Also wunderschöne, tolle Herbstfarben, die hier in der 2 in der Mitte sind, ja. Hier hatten wir auch die 2 in der Mitte, aber wir haben es nicht angegeben. Es hätte auch sein können, dass es zum Beispiel verrutscht oder sowas. Und die Farbskala irgendwo anders ist. Ähm, das heißt, unser, unser leuchtendster Punkt ist eigentlich so ein bisschen diese 2. Und die können wir hier auch tatsächlich so verwenden. So, und ja, dadurch kann man auch seine, seine Farben vielleicht ein bisschen anpassen. Und dadurch das Ganze ein bisschen customisen auch. So, ich will euch allerdings heute noch einen zweiten Plot vorstellen, der sehr, sehr ähnlich ist. Und zwar nicht Parallel-Coordinates. Ähm, ich weiß nicht, warum du so weit eingerückt bist. Nicht Parallel-Coordinates, sondern Parallel... Px.parallel-Categories. Categories ist eigentlich genau dasselbe, nur dass es eben halt Kategorien sind. Wer hätte es gedacht, ja. Ähm, wir sagen hier, wir nehmen auch den Datensatz df3. Und, ähm, die Farbe setzen wir auf, äh, auf, in diesem Fall Species. Das geht wieder. Und eigentlich können wir hier... Ne, wir lassen... Die Farben könnt ihr hier auch ändern. Also ihr könnt hier einfach Color, Continuous Scale und Midpoint wieder einrichten, so wie ihr das haben wollt. Aber, ja, brauchen wir in unserem Fall nicht haben. So, und wir gucken jetzt uns einfach mal an, wie das hiermit aussieht. Denn... Ach, ich bin doof. Ähm, Species ID meine ich natürlich hier. Das ist besser. So. Und starten. So. Und dann sehen wir hier, was so unsere Kategorien sind. Ihr seht, das eignet sich nicht ganz so toll dieses Mal. Ähm, aber es funktioniert. Ähm, was man hiermit machen kann, man sieht hier die ganzen einzelnen Plots auch wieder, wo die hingehen. Und dann sehen wir, es werden einzelne Bereiche geschaffen. Diese Bereiche sind unsere Kategorien. Das heißt, wir haben hier den Bereich von 5,1. Und wenn wir hier drüber hovern, deswegen ist es eigentlich ganz cool, wenn wir hier drüber hovern, sehen wir auch, wie viele hier reinfallen. Das heißt, es fallen neun hier rein. Und wir sehen auch relativ direkt, eins von denen ist rot. Also, äh, Versi-Color. Und alle anderen sind eigentlich blau. Hier haben wir sechs Stück drin. Eins ist rot, eins ist gelb. Die anderen sind blau. Hier haben wir nur blau, nur blau. Aber, ja, die Bereiche sind sehr, sehr groß. Hier für Fließkommazahlen ist das nur bedingt gut geeignet. Das eignet sich super gut, wenn ihr zum Beispiel mehr solche Kategorien-Sachen habt. Deswegen auch Categories, weil eben alles in Categories gepackt wird. Und deswegen machen wir das Ganze jetzt mal nochmal mit den, ähm, wo ist der Tipps-Datensatz? Den hab ich gar nicht mehr. Warum hab ich den Datensatz nicht mehr? Ähm, selbstverständlich mit px.data.tips. Gucken wir uns das nochmal an. Der Datensatz eignet sich hier deutlich besser dafür. Und, ach so, ja, klar. Species-ID gibt's nicht mehr. Äh, nehmen wir hier mal... Was hatten wir hier alles? Das ist eine gute Frage. Ich glaub, Size hatten wir. Ja, Zeus hatten wir sicher nicht. Size, wenn dann. So. Und der sieht folgendermaßen aus. Das ist jetzt im Endeffekt ein Datensatz, wo man es relativ schön sehen kann. Das heißt, wir haben hier im Endeffekt, ähm, die Damen. Also, wir hatten sehr viel weniger Proben von Frauen als von Männern. Wir hatten 157 Frauenproben, äh, Männerproben, 87 Frauenproben. Und dann sehen wir hier, ähm, Paar sind, oder ein Großteil ist kein Smoker. Wir haben aber auch ein paar Smoker dabei. Das heißt, um hier wirklich Aussagen treffen zu können, müsste man eigentlich den Datensatz auch ein bisschen, ähm, äh, einfach, ja, quasi bereinigen. Und dann haben wir hier eben auch noch die Tage. Das heißt, Day, Sunday, Saturday und Thursday. Und diese ganzen Balken, die hier durchlaufen, die haben immer eine gewisse Breite, ja. Die sind quasi hier teilweise richtig fett. Das sind die Balken, die wirklich... Also, der Balken sehen wir auch direkt, wo der hergekommen ist. Der Balken ist weiblich, Nichtraucher, äh, am Donnerstag und zum Mittagessen gewesen. Der Balken hier ist, ähm, weiblich, Nichtraucher, Samstag da gewesen und zum Abendessen, ja. Und so könnt ihr quasi hier die ganzen Balken durchrotieren. Ich würde das Ganze jetzt mal, ähm, Sekunde, lasst mich nochmal ganz kurz nachgucken, wie das hieß, ähm, zur Time überwechseln. Und, ich weiß nicht, Size, Size finde ich gerade ein bisschen seltsam. Ähm, ich glaube, das würde mich eher hier faszinieren. Ah ja, selbstverständlich, äh, Time geht nicht, weil Time ist natürlich keine Fließkommanzahl. Äh, das ist klar. Hier müsste ich dann den Tagen jeweils einen Index zuweisen, dann könnte ich das hiermit auch machen. Möchte ich jetzt aber tatsächlich nicht machen. Das kennt ihr aus Pandas, wenn ihr das machen wollt. Und dann könnt ihr da nachgucken. Aber ja, ich finde sowas generell, ähm, unübersichtlich und übersichtlich zugleich. Ihr müsst selber für euch entscheiden, ob euch das gefällt oder nicht. Sagt mir gerne eure Meinung und wenn ihr wollt, kann ich dann natürlich auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.